Car2x-Kommunikation erweitert den Horizont der bisherigen Fahrzeugsensorik durch Informationsaustausch mit anderen Fahrzeugen und kann so frühzeitiger als bisher vor drohenden Gefahren warnen. Mithilfe der mobilfunkgestützten Technologie können potenzielle Gefahren auf der Strecke zwischen Fahrzeugen ausgetauscht werden, was den Blick um die Ecke oder durch Hindernisse ermöglicht. Das Fahrzeug dient dabei gleichzeitig als Sender und Empfänger. Verschiedene kritische Situationen werden automatisch vom Fahrzeug detektiert und in die Mercedes-Benz Cloud gemeldet. Zusätzlich steht dem Fahrer auch eine manuelle Warnmöglichkeit zur Verfügung. Die Car2x-Warnhinweise werden direkt auf der Navigationskarte angezeigt. Zudem werden bestimmte Warnungen rechtzeitig auch per Sprachausgabe an den Fahrer übermittelt, was insbesondere bei unübersichtlichen Straßenverläufen Nutzen bringt. Verkehrsereignis voraus. Zu den automatisch detektierten Gefahren gehören beispielsweise Pannen, Unfälle sowie Meldungen über Glatteis, Nebel oder starken Regen. Über die Cloud können zudem Informationen anderer Datendieferanten angezeigt werden, zum Beispiel Wanderbaustellen. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.